Ich sitze hier mit dem Musa, Deutscher, sieht man ja, nicht zu übersehen. Der ist 18 Jahre alt, Alhamdulillah Allah hat ihn ungefähr vor einem Jahr auf den wahren Weg geführt. Musa, Bruder im Islam, wie war deine erste Begegnung mit dem Islam? Also, früher, wo ich noch nicht mit dem Bruder was zu tun hatte, durch den ich zum ersten Mal richtig vom Islam gehört habe, habe ich nur schlecht über Islam gedacht, also Frauenunterdrückung und Terrorismus, was man halt so in den Medien hört. Ja, ist Islam denn nicht so? Islam ist auf keinen Fall so, Islam ist das genaue Gegenteil. Also, Islam ist Friede, Brüderlichkeit und also immer schön, auf jeden Fall. Alhamdulillah, Alhamdulillah.